Hey Leute! Willkommen! Oh, ich hab heute das Scheiß-Kid. Zu einer Runde Skywars auf der Mapcast mit Yumaro. Hallo! Hi! Ich merke schon, dass es wieder spät ist. Ich hab heute das Kack-Kid. Hast du das Starter-Kid? Oder welches hast du? Ender-Man. Ender-Man! So, komm, wir holen uns die einfach, komm. Hi! Äh? Du hast's gut gemacht. Äh, was mach ich jetzt? Erstmal einen Feuer-Resistenz-Trank nehmen. Kommst du bitte? Natürlich! Tschüss! Ich hab den anderen schon runtergehauen. Oh! Hä? Da unten ist er auch... Hä? Äh, äh, ist rübergezippelt, oder? Naja. Äh, ähm, ähm... Er ist ein richtiger PvP-Pro. Warum sind da unten so viele? Hä? Leute? Da sind einfach drei Leute unter uns. Äh, Sarah, unter dir? Äh, was machen die da unten? Guck mal einen Pfiff, guck mal einen Pfiff. Guck dir's an. Achtung, da kommen welche von der Seite. Achtung, Achtung, Achtung. Hä, Sarah, was machen wir, wenn die hochkommen? Aua, ich bugge. Aua, Aua, ich bugge. Aua, ich bugge. Ich tat mir weh. Mein-mein-mein-kopf-Therz irgendwie live. Die sind oben! Ich sterbe! Ich bin in Richtung. Sarah, was machen wir? Tanzen. Tanzen im Mai. Twerken. Lass mal auf die gehen. Willst du jetzt? Ja komm, 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 komm! Er ist alleine! Er ist damit alleine! Hauptnah, Hauptnah, komm her! Ah, Benni! Tschüss Benni! Hint, auf! AAH! Ich werde sterben. Ich bin tot. Ich bin tot. Moin! Ja? Hi, das ist immer das gleiche Kid-Opfer. Sag das doch! Richtiger Strubbel-Peter. Okay. So. Wieso buggt man so im Block so die ganze Zeit? Was? Man buggt im Block manchmal. Brauchst du eine Rod wahrscheinlich, oder? Manchmal. Hier ist eine Rode. Für sie. Mademoiselle. Merci beaucoup. Mal eine französische Runde aufnehmen, bitte. Ja. Wir dürfen nur... Leute, lass einen Like dabei in meinem Video auf Französisch aufnehmen. Sagt nicht Spaß. Aber das kann nicht sein. Ja! Ja, folgen sie mir. Gehen halt direkt hin. Mein Kill. Den hast du, oder der hat sie selbst. Auf dem Baum sitzt noch ein Hase. Ne, ich will den hier. Also den Gegner. Willst du nicht auf dem Baum? Ne, ich will den da. Ah, wir haben doch bei hinten einen Schnabulator. Mann, ist laggt. Keine Ahnung, was das ist, Mann. So. Mann. Da wollen wir unser Leben weiterleben. Ich höre schon kein Wort mehr auf den. Wollte ich mal so anmerken. Hört gleich. Oh, endlich. Oh, der Arme. Richtig viel Fallschein. Kassiert. Oh. Oh. Er hat sich rausgefasst. Man sieht einfach so richtig... ...leggy, wie er so runterfällt. Hä? Ich hab einen Kill bekommen. Hä? Hast du den nicht... Natürlich hab ich den geschlagen. Ah, ich glaub, weil du den geangelt hast. Ach, Mann. Hans aber. Okay. Egal, egal, Jungs. Ja. Ich bin tot. Ah, geil. Hey, Leute. Nicht was. Was? Hi, Leute. Ich bin Sarah und willkommen zu einer weiteren elefantischen Folge. Schön, dass sie da sind. Oha. Du machst halt die Tonspur immer, wenn ich was sage, machst du so die Tonspur weg. Ich hör da immer so ein Delfin hin. Hast du noch die Aufnahme, wo ich damals irgendein Geräusch gemacht hab? Gerülpst hast? Ja. Warum gibst du mir das? Ach so. Ich hab Gold an. Andere Dinge habe. Ich hab Gold an. Wahrscheinlich bist du so ein Bling-Bling. Ja. Geldgeil. Hast du einfach Gold... Hast du das gesehen? Du hast einfach gelegt, deshalb bist du runtergelaufen. Also du bist bei mir... Du hast die Endepelle auf meinen Kopf geworfen. Das sah echt cool aus. Oh, Mann. Ja, aber du hast gelegt. Da konnten sie jetzt nichts für, Madame. Du kannst mir Pringung kaufen, Sarah. Wahrscheinlich geh ich Geld für Minecraft aus, oder? Ähm. Äh? Wie machst du denn sonst deine Giveaways? Ich dachte, du sponsorst das deiner eigenen Community und kaufst dieses ganze Zeug selber. Ich forderte dir was an Klaus-Taler. Wollen wir den Schrober gar nicht verhauen? Ja. Hä, Leute, ich kassier irgendwie. Oh. Mann, es laggt alles. Ich kassier auch gerade. Alles laggt. Okay, 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 okay. Äh, helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Wuuuuh. Bup, 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 bup. Oder was? Bup, 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 da, 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 da. Das haben wir immer in unserer Klasse gesungen. Da, 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 da. Echt in der Klasse? Irgendwie war es so ein Ohrwurmlied. Zu meiner Schulzeit gab es noch nicht mal sowas. Oh. 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 Mann, wo sind dann Leute? Da hinten? Hier, hier, hier. Das ist der letzte Ort. Sag nicht, da springt runter. Leute, guckt es euch an. Oh nein, oh nein, bitte nicht. Das macht er. Nein, das macht er nicht. Nein, bitte, bitte, bitte. Ist hängen geblieben. Bitte, Pandox, bitte. Wir müssen ihn retten. Wir retten dich, wir retten ihn. Wir müssen ihn von seinem Leben befreien. Oh, der ist süß. Oh, wie süß. Sarah, ich möchte dir etwas spendieren. Möchtest du den Kill haben? Ja. Dann hier, fangen sie. Danke. Ja, ich glaub aber... Zeig dein Talent. Der Süße kommt schon. Okay. Hm. Ja, danke. Durchlegge. Der hackt, der hackt. Heads up. Ja, guck mal wie er läuft. Guck mal, guck mal, hast du gesehen? Der Bogen? Hast du den Bogen gesehen? Er lebt noch. Ja, weil er hackt. Ja, so geht's auch. Tschüss, tschüss. Hm. Da für den Konsument verbrenne, aber sonst... Mach, 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 mach. Hä, warst du wirklich am Verbrennen? War ein halbes Herz oder so? Ich glaub eins. Ich hab grad Goldapfel gegessen. Danach wollte ich erst den Trink... Trink, trinken. Trank, trinken. Auf jeden Fall, Leute, war's das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ne positive Bewertung da. Ja, schafft mir ein Like. Wär auf jeden Fall nice. Tschüss. Einen halben, einen halben. Tschüss, Leute. Schicksaler auf den Wegich 있어. 1-Mund. Da ist noch zurück. 2-Und.